5 Dinge, die uns in unserem Band nerven. Die Duschbrause. Wenn wir von der Toilette aufstehen, kommen wir manchmal gegen die Duschbrause und machen dadurch alles nass. Die schwere Tischplatte. Und durch die hängt der Tisch etwas schief und ist auch schon mal durchgebrochen. Der Handtuchhalter. Wir haben diesen praktischen Handtuchhalter, aber leider bekommen wir dadurch das Gefrierfach nicht komplett auf. Vorne keinen Ausströmer. Wir haben eine Standheizung und hinten zwei Ausströmer. Dadurch ist es hinten zwar schön warm, aber vorne bleibt es immer kalt. Das Brett für die Spüle. Hilft uns schnell die dreckige Spüle zu verstecken, bei der Fahrt vergessen wir es aber manchmal. Und dann macht es uns hinten ordentlich Dellen rein. Aber tatsächlich sind es nur diese...